Wie werde ich jetzt hier gegankt oder was, Alter? WTF, Mann? Okay. Ich hab' den Outlook nicht durchbekommen, manchmal... Okay, legal, das ist sehr bad, oder? Zack, easy. Auf! Lieg's noch! 50 damage, ey, kurz, Mann. Okay. AGW. AGW. Ich hätte da nur ein Million bekommen. In den ersten drei, das ist super optimal. Hey, Bro. What the fuck is he doing? Hä? Ich weiß auch nicht, was die Kamil da gerade versucht, oder? Der, die schluckt mehr Qs als, äh... ...als Lena Rhodes, Alter. Oder Lana Rhodes, oder wie auch immer die heißt, die... Wie werde ich jetzt hier gegankt oder was, Alter? WTF, Mann? Okay. Okay. Good luck in eSports, Digga. Ich hab' den Outlook nicht durchbekommen. Warte, easy, aber manchmal... Okay, Digga, es ist sehr bad, dass ich das mache. Zack, easy. Hau! Hilfe! Wurde angeflasht von ner fucking Y, Alter, WTF, Mann. Okay. Okay. Ja, Digga, willst du jetzt auch diven, oder nicht? What? Oh Gott. Digga, die sollen... Hallo? Der hat da jetzt ne halbe Stunde gewartet, Digga. Um die einfach nicht zu diven in meinen ganzen XP getagst. Hätt' ich die Q gehinged, wär sie einfach tot, Digga. Also, ich bin dann hoch und roamin schon. Lol. Mohl. Oh, sie hat Ruid bekommen, what? Das ist natürlich... Warte, die würde ich nennen. Lol, die killt dich, warum? Na ahnung. Hä? Ist die dumm? Aber die ist doch dumm, oder? Wieso nicht? Also, du überlebst wahrscheinlich trotzdem nicht, aber... Actually, du überlebst eigentlich deswegen. Digga, die ist doch so bad. Weil wir sind mit der United einfach. I don't know, man. I don't fucking know. Digga, like, how bad can you be? Like, what the fuck, man. Ja, Digga, like, why... Digga, what the fuck, man. Hm. Ich hab' gleich Speed. Nice. Ja. Ja, Digga. Was willst du jetzt machen, hä? Hm. Ich hab' mich nicht goldet! 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 Ich komm' nicht drauf, klar! 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 Ich komm' echt nicht drauf, klar! Ah, okay. Die Interaktion ist das jetzt ja so gewesen. Hihihiihiihiihiihiihiihiihi! Es ruhen! Nice, auf jeden Fall! The Nextly wird ja nicht sterben, ne? Das ist sehr wichtig. Ah doch! Ich geb' mich ja wieder. Ah, nice. Guck, dann hat sie das jetzt gemacht... Ah ja, siehst halt, ne? Bisher ist sie ja fabriciert, Digga. You're a wasting some shit! Digga! Digga, dies! Oh ne, ich kann das nicht. Die hat gerade gesolo-Kill vom Silien. Ich kack ab. Oh, da kommt der Jungler. Uh, okay, disconnect. Ja, Digga. Ich kann halt die Kombos, wa? Okay, Digga, da kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Oh, neul. Ja, okay, Bro, like... Okay, aber like, what the fuck? Erf nicht gesehen, oder was? What? Well, what? Ich will ja jetzt die Beine haben, die bei. At least gegen Drake. Ich glaub, der passt jetzt gar nix bei den Bot-Land. Wir können doch noch weitermachen. Oh, jetzt steht wieder zu. Wir müssen jetzt killen. Ah, die bei ist ja. Ich werde gar nicht killen. Oh, ich bin jetzt schon. Hey, leider hat die bei mich da... Ach, come on. Ach, Digga, die bei, Alter. Ich liebe es auch im Jungler zu haben, Digga, der Kato spielst und nicht mal... Nichts macht. Nichts. Ich finde das richtig geil, Digga. Ich mach richtig Bock. Hey, da kommt ja der Silian, Digga. Okay. Oh. Oh, mo mo moin. Tja. Gibt Kennzahl. Also von mir wäre es auf jeden Fall kein Ult gegen Barrowe. Oh, ok. Oh. Okay. Oh. Weiß nicht, ich hab mal. Ich weiß nicht. Das sind alle Human Beings. Oh Gott. Er ist jetzt jung. Er kann kein Prawlers mehr erst sein. Prawlers war so geil auftaner, ey. Das braucht noch Geld. Die ganze Rasselbande wieder am Start. Die ganze Bande, ja. I'm stirred. Ach, das hat der Yassi jetzt gerade gemacht, Digga. Ach, diesen Move hat er jetzt gerade fabriziert, Digga. Ach so. Okay, Bro. What the fuck. Glück bist du da, um den Tag zu retten. Ja. I imagine, wenn er jetzt einen Ehlers-Botland-State, oder? Ja. Das auch. Ja, komm schon. Oh lol. Okay. Okay. Ist nicht so schlimm. Digga, was ist denn mit dir los, ja? Ah, ja. Ja, sehr skilled auf jeden Fall. Da kann man richtig viel gegen machen, gegen sowas. Das ist so skilled, ne? Krass, ey. Digga, was passiert da eigentlich, ja? Lol. Divide, Digga. What the fuck. Go, 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 go. What the fuck, Digga. Ich verstehe gar nicht, warum ich die überhaupt booste, Digga. Ich verstehe gar nicht, warum ich die überhaupt booste, Digga. Go, go, go. Oh man, keine Reaction, einfach. Keine Reaction. Der fucking Nautilus hat mich jetzt geultet. What the fuck. Was macht die weiter? Okay. Oh, okay. Der Thresh hat da random die W gedrückt, Digga. Anstatt zu Q'en oder zu Ehen. Ich meine den Nautilus, aber der hat uns überhaupt nichts gemacht. True enough. Jetzt stirbt er, Digga. Okay? Ey, er misst uns. Ja? Will er... Will er... Will er die töten? Er hat's irgendwie nicht hingekriegt, keine Ahnung. Oh, die Wemm-Ul kommt. Oh, oh. Oh, das stimmt einfach deswegen. Ich kack ab, ey. Geil, ey. Macht der Exit denn Spaß, oder? Ja, klar. Ja, aber sicher. Digga, ist das hier, Digga, ey. Nein, 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 nein. Ja, normal ist sich hier, Digga. Sag, Digga, aufdeck nochmal an die Fresser. Oh, hier. On the way. On the way. Yes. Nice try, auf jeden Fall, wenn der Kamil, ey. Dem Hexdrinker. Ja, komm, fanden easy. Ja, oh ja. Ich kann ja kein Speedy geben. Mal im Ruppa, wa? Ah, ich hab ja recht. Ja. Echt so, die werden nicht beschleken, ne? Nein, das sind ja auch Human Beings. Die sind mit dem Playkamin. Geil, ey. Geil, ey. Ja, da, da. Ja, da. Ja, da. Da. Ja, da. Ja, da, da, da.